ja ihr lieben heute gibt es was kleines feines und zwar gucken wir mal hier wir machen uns ein banner und zwar geht's los wir brauchen sechs mal roten stoff rote wolle ein stock am ein rotes banner das rote banner setzen wir jetzt hier oben rein hier unten machen wir knochenmehl rein das geht ja als weiße farbe dann platzieren wir das hier und ziehen in der mitte in der reihe schwarz und das wieder raus sitzen es wieder rein und war mitte sitzen hier vier schwarze drum und es wieder raus setzen es jetzt hier unten hin ein punkt in der mitte und fertig ist unser banner fertig viel spaß beim nachbauen